Die Wollnys, nach zwei Jahrzehnten Ehe trennten sich Dieter und Silvia Wollny. Ende 2012 kam es zu einem großen Bruch, warum sich die Eltern der Großfamilie trennten. 28 Jahre lang waren Dieter und Silvia Wollny ein Paar. Gemeinsam mit neun ihrer elf Kinder war das Ehepaar in der RTL ZWEI-Sendung, die Wollnys, eine schrecklich große Familie, zu sehen. Doch schon bald folgte die Trennung. Seit 2012 gehen die beiden getrennte Wege. Doch was war der Grund für die Trennung von Dieter und Silvia Wollny? Die Wollnys sind keine Einheit mehr, warum sich Silvia und Dieter getrennt haben. Die Trennung von Silvia Wollny und ihrem Ex-Dieter ist mittlerweile elf Jahre her. Doch das Liebesaus hat eine tiefe Narbe bei der sonst so robusten TV-Persönlichkeit hinterlassen. Während sich Dieter Wollny inzwischen vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, steht Silvia weiterhin im Rampenlicht. Mit ihrem neuen Partner Harald Elsenbast, ihren Töchtern und Enkelkindern ist sie nach wie vor im Fernsehen zu sehen. 2018 nahm das Familienoberhaupt außerdem an, Promi Big Brother, teil und verriet dort einige Details über die Trennung von Dieter. Fans fragen sich, warum haben sich Dieter und Silvia Wollny eigentlich getrennt? Die damals 48-Jährige warf ihrem Mann vor, er habe die belogen und betrogen. Dieter habe eine neue Frau an seiner Seite, für die er die Familie schließlich verließ. Die Trennung habe die gesamte Familie schwer mitgenommen. Wir hatten ja nichts mehr. Wir hatten gar nichts mehr. Du fängst bei Null an, enthüllte Silvia Wollny im Promi Big Brother Container. Die Wollnys, TV-Liebling Silvia, hatte nach dem Eheaus mit Dieter große Geldsorgen. Wie bei so vielen Trennungen, musste Silvia Wollny einen Neustart wagen. Ich stand ganz alleine da. Und es war niemand da, der mir eine Scheibe Brot gegeben hat, verriet das Familienoberhaupt bei, Promi Big Brother. Ihre Kinder standen der Mama in der schweren Zeit aber zur Seite. Um die Familienkasse etwas aufzubessern, ging Estefania Wollny sogar auf die Straße, um dort zu singen. Sie stand in der Stadt, hat gesungen und Schale da gehabt, so Silvia. Auch das Flaschensammeln blieb der Familie nicht erspart. Um über die Runden zu kommen, mussten sie sogar zur Tafel. Eine schwere Zeit für die ganze Familie. Doch sie haben es gemeinsam überstanden. Heute geht es ihnen gut. Obwohl derzeit Trennungsgerüchte von Silvia Wollny und ihrem Freund Harald die Runde machen. Die Wollny's, nach der Trennung von Dieter und Silvia, heute führen sie ein unbeschwertes Leben. Von der schweren Zeit nach der Trennung ist heute zum Glück nichts mehr übrig. Heute genießen, die Wollny's, das Leben im Feriendomizil in der Türkei. Abgesehen von ihren TV-Auftritten, sind viele der Familienmitglieder auch über Social Media sehr erfolgreich, haben jeweils hunderttausende Follower auf Instagram. Einige, Wollny, Familienmitglieder haben feste Jobs und sind als InfluencerInnen und Influencer tätig. Die Großfamilie bekommt viel Zuspruch von den Fans. Silvia Wollny hat ebenso wie ihre Tochter Estefania Wollny rund 510.000 Follower. Tochter Sarafina hat sogar die Marke von 609.000 Followern geknackt. Auch die anderen Familienmitglieder haben inzwischen eine echte Fanbase.